Aber das war's dann eigentlich auch schon von der Folge Minecraft. Och nö. Doch. Und grad ist angefangen. Echt? Ja. Quatsch, wir haben schon zwei Nächte, das heißt zwei Tage gehabt. Ja, ja, angeblich. Ja, ist so. Soll ich grad mal gucken? Ja, ja, guck mal. 16 Minuten und 40 Sekunden. Houston. 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 Nein. Ah. Ich brenne. Hilfe. Ah. Hallo, Minecraft. Hallo, Mavia. Halli, hallö. Du hast die Falltür nicht zugemacht. Mach die Falltür zu. Wieso hast du Angst, da runter zu fallen? Ja. Ähm. Du hast letztes Mal noch irgendwas gemacht, hab ich... Hast du irgendwo geschrieben? Ja, ich hab noch 10 Minuten, nach der letzten Aufnahme war ich noch da und hab noch ein bisschen Sand gesiebt. Ein oder zwei. Die Platte hab ich grad reingemacht. Ähm. Ich hab das Fass hingelegt. Wir haben jetzt für eine Episode mal genug Wasser. Okay. Ja, ich hab auch noch ein volles... Äh, kann ich grad mal tauschen? Ein volles Camel Pack. Machen wir mein anderes auch grad noch voll, dann passt das schon wieder. Ähm. Ich werd jetzt gleich nochmal gucken, dass wir an Nahrung kommen. Ja, paar Cooking Utensils hab ich noch gemacht. Ähm. Da hab ich nämlich hier was für dich Schönes. Was denn? Oh, ein Fisch-Sandwich. Naja. Da gibt's dreinhalb Nahrung, das hebe ich mir auf. Das ist im Prinzip nur roher Fisch, den kriegen wir aus Sand und, äh, Eier haben wir aus Sand. Beziehungsweise das. Daraus gibt's Mayo. Aus dem Reis kann man, äh, Brot machen. Ähm. Das ganze dann zum Fisch-Sandwich. Ohja. Also relativ simpel. Beeren. Na, hier kann man noch ein bisschen Laub. Ich hab schon wieder keinen Ton, das hast du mir ja letztes Mal schon gesagt. Aber ich hab mir eigentlich Musik auf 50 und Sounds auf 50. Ja, du hattest irgendwie den Sound, der war irgendwie nur so bei einem Prozent Lautstärke, da ist es dann natürlich in dem Film nicht, äh, nicht rübergekommen. Das war ein bisschen ungünstig. Ne, jetzt ist es eigentlich hoch genug, aber ich hör trotzdem nichts. Hm? Ne, ich hör nichts. Hm, komisch. Dann hoffe ich mal, dass mich kein Monster überrascht. Ich drück dir alle Daumen. Ich so wie letztes Mal die Spinne. Jetzt muss ich gleich schon irgendwas essen. Aber den Burger will ich noch gar nicht verspeisen. Ich zieh mir grad mal zwei Äpfel rein. Was haben wir hier? Papaya-Sackling. Ähm, aber was ich festgestellt hatte, ähm, der Cobble Generator, den ich im Sinn hab, der funktioniert nicht mit dem Pyrofium. Wir brauchen dafür, äh, ein Bucket an Lava. Das Pyrofium ist zu heiß. Das lässt das Wasser, äh, verdampfen oder verwandelt es direkt in den Stein. Und da können wir keinen automatischen Cobble Generator, äh, draus bauen. Okay, das ist sehr schade. Hm, ich hab grad hier Grapes gekriegt. Oh, Traub. Ja, aber die wachsen... Oh, Erdbeeren. Erdbeeren ist gut. Kann sein, dass Nacht wird? Ja. Mhm. Schlaf, gehen. Moment, ich muss hier noch... Bei Fuß? Nein, ich will hier... Ich will hier... Ich will hier... Was hab ich da für ein Sapling gekriegt? Ich komm gleich. Das war zackig. Ja, ich muss auch wirklich, weil, ähm... Monster, Monster, Monster? Ne, ne, ne. Ein Apfel hab ich noch. Ich bewege mich schon extrem langsam. Das ist bisschen ungünstig. Ja, ich muss jetzt irgendwas essen. Ich esse jetzt von denen, die ich gekriegt hab. Da hab ich drei gekriegt. Da esse ich jetzt mal von jedem zwei. So, ich komm mal runter. Rrrp. So, einmal schlafen, bitte. Dankeschön. Guten Morgen. Moin, moin. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Ich muss noch ein bisschen was essen. Saft hier. Ja. Ähm, was essen wir denn? Reis kann man, glaub ich, auch einfach so essen, oder? Ähm, ja, der bietet einen halben, äh, bei... Deswegen ist Anfulfilling. Ist egal. Ja. Nicht mal Anfulfilling. Einfach nur... Wir haben übrigens schon Vanille. War eben fertig. Einfach was zu essen. Ähm, hast du jetzt die Erde aufgesammelt, oder hab ich gar keine gekriegt? Äh, ich hab keine Erde. Aber ich hab noch, äh, sechs Erde gemacht, letztens nebenbei. Das fällt ein bisschen, äh, weiter. Ja, das wollte ich jetzt auch machen. Achtung, Spinne. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's nicht. Ich hör's. Ich hab's. Ich hab's hier getötet. Es schleß. Wollte ich grad das Laub da noch reinmachen. So, ein Reis ist noch fertig. Ähm, verdammt, ich hab die Hacke nicht dabei. Ja, komm her. Hacke, Hacke, Hackeball. Ähm, gut. Dann geh ich hier mal noch ein bisschen anpflanzen. Hä? Wie kann ich denn die Erdbeer pflanzen? Ähm. Ich glaub ich muss erst, genau. Ich muss erst den Samen draus machen. Zitrus haben wir auch. Wir haben ein, äh, ein Clay zu wenig. Damn it. Das ist ungünstig. Ähm. Ähm. Orangen, Orangenbaum hab ich. Oh, schön. Kiwi pflanzen wir auch noch an. Was haben wir hier noch? Hm, jetzt hab ich alles schon einmal angepflanzt. Ähm. Grape haben wir einen Sapling. Das ist gut. Genau. Es war halt so, dass es nur aus Früchten geht und nicht aus, ähm, anderen Lebensmitteln. So. Ja, die letzten zwei Folgen ist mir noch ein Fehler unterlaufen. Ich hab's ja auf Twitter schon geschrieben. Ähm. Ähm. Ich hab mein Mikro nicht an, war. Aber zumindest, dass es nicht aufgenommen hat. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, an war's. Sonst hätte ich dich nicht gehört. Ja. Es war halt nicht im Aufnahmeprogramm gekoppelt. Von dem her hoffe ich, dass es einfach so, ähm, hingehauen hat. Ich hab ja die Folgen danach kommentiert. War auch mal eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Möchte ich aber nicht unbedingt nochmal machen. Kann ich mir vorstellen. Ja, war gut. Die eine Folge hab ich heute schon gesehen. Ich hab die ersten paar Minuten gar nicht gemerkt, oder gar nicht mehr dran gedacht, dass die ja nachsynchronisiert hat. Und ich hab's dann irgendwann gemerkt, war irgendwas nicht ganz so richtig. Und dann ist mir eingefallen, ach, die ist ja nachsynchronisiert. Ja. So. Ähm, ich würd gern, ich würd gern irgendwo... die Fruchtbäume woanders hin platzieren. Eventuell außerhalb oder so. Mach's einen großen Obstgarten. Ja, genau so in der Art hatte ich mir das überlegt. Ich guck mal nach draußen. Ist nix los hier. Alles gut. Ähm, zwei, vier, sechs, sieben Blöcke geh ich jetzt mal weg. Sechs. Oder? Wir haben zwei Laub, eins frei, zwei Laub, ja. So. Orangen... Orangenbaum. Mmh, lecker. Ich hab noch mehr. Warte mal, was ist denn? Papaya. Peppercorn. Starfruit. Ja, das Paprika. Starfruit nehmen wir noch. So. Naja, mit dem Ton hier ist jetzt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, weshalb ich da keinen Ton krieg. Die Moderation ist ja das Wichtigste. Ja, eigentlich schon. So, meine Schaufel gibt gleich wieder den Geist auf. So, jetzt ist er fertig. Passt, essen muss ich auch schon wieder. Äh, der läuft immer so langsam, wenn er hier platt ist. Die Erschöpfung. Haben wir Redstone? Ja. Herzkiste. Ich hab nämlich ein Modifier frei. Dann können wir hier nämlich Redstone draufhauen. Und dann kriegt man, ähm, Haste. Die hab ich schon auf meiner, äh, Schaufel und auf meiner Axt bekommen. Mh, du hast ja auch hier, äh, offline gespielt. Ja, zehn Minuten. So, wie viel haben wir noch? 26. Können wir noch ein bisschen was draufhauen? Ah, Klickwettbewerb. Dann haben wir 46. Noch zweimal. So, fertig. Ne, jetzt ist er fertig. Sehr gut. So, bauen wir Fleisch. Äh, was hab ich denn jetzt hier reingemacht? Ein Sapling. Den wollte ich nicht. Ähm, das kann man. Die Saplings. Wo hab ich die rein? Hier. Äh, ja genau. In diesen, äh, Behälter. Wann ich wieder was zu essen? Manno! Äh, ich hab grad gesehen, du hast da ein paar Quests abgeschlossen. Einer. Ich hab, äh, Tools and Trade, äh, Tools of the Trade gemacht. Äh, ich hab den, äh, es ist eigentlich nur noch The Bone Crook gefehlt. Weapons, äh, hab ich grad eben, als du angefangen hast, aufzunehmen. Ähm, schnell gemacht. Das ist ja nur ein bisschen, äh, mit Bone Meal. Und Amor. Bisschen Holz gesammelt. Das ist die Rüstung, die ich grad anhabe. Mh, dann guck ich doch selber mal. Ähm, dann guck ich doch selber mal. Ähm. Orange Tapling Hammer schon. Ähm, die können wir, glaub ich, jetzt beide, äh, abschließen. Du konntest auch grad eben Tools of the Trade nochmal nehmen, ne? Äh, kann sein, ja. Dann können wir uns da nämlich jetzt entscheiden, sollen wir, äh, was wir da nehmen. Ach so, ich hab da schon was genommen. Ja, was? Dann nehme ich was anderes. Ähm. Tee, Coffee, Cotton oder Cold Water? Äh, ich hab's Cold Water genommen. Okay. Das macht aber am meisten Sinn, weil die anderen Sachen, die kriegt man ja so oder so. Hm. Oh ja. Na ja, gut. Dann hast du hier dein... ...Branchen Swapping. So. Hä? Wir haben jetzt hier... Hm. 0,6 Buckets an Lava. Dann steh ich gleich schon zur Cobble-Renerator an. Ach, den müssen wir mit Slabs machen. Ähm, hast du noch Kabel? Ja. Ich bräuchte... Äh, ein paar. So. Wie viel krieg ich da? Sechs. Okay. Dann den Kanister mal hier reinsetzen. Ne, wo geht der rein? Da oben. So. Guck mal, du müsstest jetzt auch noch einen Quest abschließen können. Und zwar den mit dem... Äh... Oh, sogar zwei Stück. Pfeiler. Was hättest du gerne? Kaltes Wasser? Cantaloupe? Melone? Oder Eisendast? Melone? Cantaloupe ist eine Melone, ja. Ach so. Ich nehme... Ich nehme den Iron. Na ja. Okay. Und der nächste... So. Den hatte ich schon abgeschlossen. Ähm... Was nimmt man da? Ich nehme Ingot. Ähm... Nimm du Sword Plate. Ja, Pickaxe macht wohl keinen Sinn. Ne. Ne. Nimm Sword Plate. Ich nehme Ingot. Ähm... Kann ich nicht. Muss gehen. Selected? Claiming Road? Geht nicht. Aber es ging schon. Und ich sehe es nicht. Ähm... Kann ich nicht. Schlafen. Es ist dunkel. Ich muss essen. Ich muss jetzt den Fischburger essen. Komm ich hab den Toast bekommen. Sehr schön. Ich hab nämlich jetzt auch gut gemacht. Ne. Ich auch. Ich esse auch mal ein paar Toasts. Ähm... Moment. Ich fülle mal grad her. Die Kisten würde mein Inventar leer machen. Aber das war's dann eigentlich auch schon von der Folge Minecraft. Ach nö. Und gerade ist angefangen. Echt? Ja. Wir haben schon zwei Nächte, das heißt zwei Tage gehabt. Ja, ja. Angeblich. Ja, ist so. Soll ich grad mal gucken? Ja, ja. Guck mal. Okay. 16 Minuten und 40 Sekunden jetzt. Sag ich doch viel zu wenig. Nein. Ähm... Den Dust hast du denn irgendwo schon rein? Nein. Ähm... Okay. Ich mach noch ein... Ich mach noch folgendes Ding. Ich mach noch ein... Eine Maschin... Ein Maschinchen. Hast du noch... Ähm... Ja. Ein Fass bräuchte ich und... Geh weg. Und was bräuchte ich noch? Da haben wir nicht mehr genug Holz für. Äh, ich hab glaube ich... Ich hab noch 10 Holz. Und ich brauch was zu tun. Ich brauch Wasser. Ich geb dir mal das Holz. So, sei vorsichtig. In der Ecke da ist Lava... Äh... Ja. Funktioniert. Schau. Äh... Moment, ich kann gar nicht. Ich hab's verpeilt. Cold Water da rein. Äh... Wo ist Lava? Ähm... 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 Der Eimer ist kaputt gegangen. Äh... Müssten wir einen aus Eisen machen. Könntest du das grad noch machen? Ja. Moment. Äh... Dann brauche ich das Sieb. Ich brauche einen Hopper. Und ich brauche eine Kiste. Sieb da. Äh, falsches Werkzeug. Haben wir noch so einen, so einen lilanen Stein? Äh... Ein anderer Arbeiter geht auch. Nachtdorfe Türe. Du wolltest noch einen, äh, Fass? Ja. Äh... Ne, einen Fass brauche ich nicht. Hast du ihn verlangt? Hier hast du eins. Ich brauche aber geins. Das war falsch. Ich brauche eine Doppelkiste. Und vor allem Wasser. Ein Eimer Wasser. Ein Eimer ist in der Mache. Äh... Dann... Mit Wasser befüllen. Und dann... Et voilà. Da ist ein Eimer Wasser. Hier ist noch Mechanik. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich brauche jetzt hier... Ein Eimer Wasser. Kommt da hinten hin? Ach... Ach... Hast ja Glück gehabt, dass ich das... Äh... Immer gegen Strom schwimmen, gell? Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Dann, äh, Doppelkiste. Kriege ich auch noch. Aber... Aber grad so... Ähm... Ähm... Ähh... 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 Ähm... Soll ich schon mal verpissen hier. Ne, geht nicht so, wie ich dachte. Doppelkiste? Ah ja, so wie, so wie, so wie. So, Doppelkiste. Gut. Guck mal hier rein, wenn du willst. Hast du noch Dust? Ja, acht Stück. Ach so, jetzt muss ich den nur irgendwie. Ach, ähm, ich brauch nur den Sieb. Ja. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Bin mir ja nicht so ganz sicher, was du da für eine Konstruktion baust, aber... Äh, warum ist da jetzt ein Hopper? Ich lass dich einfach mal machen, aus dem... Lach hinterher. Nein, nein. Hinterher musst du nicht mehr lachen, weil dann... Ach, das ist falsch. Der hier ist zu hoch, glaube ich, oder? Ähm... Überschwemmung. Wo ist das Sieb hin? Ich hab's nicht. Kann es sein, dass es in der Kiste gelandet ist? Ah, das könnte es sein. Das ist... Äh, werf mal raus und gib mir. Äh, ich muss sowieso Inventar wechseln. Hier ist das Sieb. Warte, ich werfe es hier zu. Bitte schön. Äh. Ich platziere mal hier einen Cobblestone über der Lava, nicht, dass da irgendwie das Steine-Experiment Wasser drüberkommt. Das ist nicht so prickelnd. Na, wir haben schon fast ein ganzes Fass voll mit Cobblestone. Wir sollten keine Probleme mehr haben. So, jetzt gucke ich nochmal. Und zwar, ähm, Aimlevel müsste low sein. Ähm, das sollte nicht sein. Jetzt ist das Zeug hier in den Dinger rein, in den Hopper rein. Ähm, eigentlich war das so. Ah, ja. Okay, es funktioniert. Achso, das ist Aimlevel falsch. Wir haben jetzt einen automatischen, ähm... 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 Ein automatisches Dastssieb. Die Autonomous Activator verarbeiten den Dast. Das ploppt oben dann raus. Das wird durch das Wasser, das sieht man hier, ähm, in den Hopper geschwemmt und landet dann unten in der Kiste. Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, warum die Activator überhaupt des Siebs sind. Ähm, aber wenn es funktioniert... Kann man so platzieren. Also man kann das, wenn man reinklickt, kann man hier rechts, hat man ein Menü. Dann kann man das Level bestimmen, wo, ähm, der Dast platziert werden soll. Und ich habe es eben auf Low gemacht, damit wir oben auch an die... Oh, ich verliere schon wieder... Warum? Dein Camelpack ist im Autonomous Activator, warum auch immer. Äh, nee, ich habe das gerade wieder aufgesetzt. Nee, hier ist ein Camelpack im linken Activator. Hm, der ist back drum. Und mit dem linken? Ja. Also ich sehe keins. Okay. Habe ich es jetzt wieder auf? Ja, jetzt habe ich es wieder an. Okay. Gut. Also, wie gesagt, ähm, unser Dast wird automatisch jetzt gepulvert. Oh, Vorsicht. Ähm, was? Glatt auf Gast. Na, ich gehe mal rein, weil, wie gesagt, die Folge ist jetzt vorbei. Komm rein. Moment. Nein, komm rein. Moment. Achtung, Gast, Gast, Gast. Er geht auf dich ab. Kann ich was sagen. So. Hahaha. Gut, wir haben einiges geschafft. Vor allem, äh, der automatische Dast-Dinger da, den finde ich ganz cool. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Äh, verarscht. Äh, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye, bye.